Ja, Leute. Willkommen zurück zu Let's Plays Back Ops. Aua, ist allein. Mann, ich muss jetzt hier die Anmoderation machen. Chillt doch mal. Genau, macht die mal alle platt. Ja, bei Facebook hat es schon geschrieben, ich musste leider den letzten Spielstand komplett neu machen. Komplett neu erspielen. Das heißt, wenn irgendwelche Veränderungen in der Statistik jetzt sind, oh, dann ist das so. Weil ich halt musste halt alles neu spielen. Okay, los, lauf, lauf. Und diesmal schaffen wir es. Bestimmt. Okay, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Scheiße. Also die Stelle war ja wirklich letztes Mal der Grund, warum ich hier dann aufgehört habe. Weil ich, oh, nee, bin nicht mehr weitergekommen. Das ging mir so auf den Sack. Okay, jetzt. Komm. Lauf dahin. Nein. Ja, 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 ja. Die Brotschuhe, lauf. Steh auf, du Typ. Steh auf. Ich liebe diesen Song. Oh, 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 oh. Mann, lauf. Das geht doch wieder schief. Ich bleibe immer irgendwo hängen. Da muss ich jetzt auf jeden Fall reagieren, meine Freunde. Reagieren. Ja, wie ihr seht, wir spielen jetzt auf jeden Fall mit voller Grafik. Das Mikro hört sich auch nicht mehr ganz so kacke an. Ich weiß nicht, irgendwas muss da sich verstellt haben. Und jetzt ist wieder alles cool. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Renn, 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 renn. Genau. Und nicht drauf ausruhen. Weiter rennen. Komm, renn, 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 renn. Ja, war wohl. Endlich. Ist das dramatisch. Oh, oh. Oh, oh, oh. Alter, leckt mich am Arsch, ey. Hier geht's ganz schön ab. Aber ihr wisst ja, alle guten Dinge sind drei. Wenn man jetzt nochmal die letzte Session weglässt. Jetzt hat's geklappt. Und wie es jetzt weitergeht. Mach die Augen auf, da läuft's. Sieht gemütlich aus. Wie sieht's aus, Logo? Er kann gehen, aber es tut weh. Es tut weh. Willst du Morphium? Nein. Ich will den Kopf klar haben. Okay. Dann halt still. Bin gleich fertig. Komm, ein, zwei Flaster. Was denkst du, Walker? Ich denke, dass wir in einem scheiß Kampfgebiet gelandet sind. Beeindruckend. Dafür, dass die Stadt angeblich unbewohnt ist. Ganz genau. Vielleicht Zeit zu verschwinden. Haben Transportteam gerufen. Es sind acht Meilen offener Wüste von hier bis zur Sturmband. Die Helis würden uns sofort erwischen. Bleibt nur, dass wir uns an Gold dranhängen. Sollen wir uns wirklich mit der CIA zusammentun? Wir haben keine Wahl. Und das Richtige besteht darin, diese Tür zu öffnen. Fürs Erste. Da war schon mal überlegt, dass die Tür vielleicht offen sein könnte oder so. Kapitel 7, die Schlacht. Ich höre Sie. Over. Oh, hatte schon Angst, wir haben euch verloren. Wir haben ziemlich was abgekriegt, aber wir leben. Gut, denn wir brauchen hier jede Hesse. Was geht hier ab? Was ist das denn? Der Wahnsinn, Captain. Wir sollten für die CIA. Wir sollten hier überlebende suchen und fanden eine Stadt, die sich zerfleischt. Irgendwelche Hinweise auf Conrad? Nein, nicht, dass ich wüsste. Es heißt, er sei noch am Leben, aber wenn ja, versteckt er sich irgendwo. Verdammt, da kommt ein Heli. Vorsicht! Lugo, stell die Verbindung wieder her. Geht nicht. Signal ist tot. Vorsicht! Okay. Schade, ich dachte, wir finden hier noch irgendwie eine Geheimdienst-Info. Mal, geh rüber. Danke. Irgendeine schöne Information. Nicht, dass wir hier irgendetwas übersehen. Dann geht das Geflame in den Kommentaren los. Hör, lass da was übersehen. Das klingt irgendwie... Oh oh, das klingt voll nah. Das ist ja alles. Nee, nicht wirklich. Hast du ein Problem mit ihm, Adams? Hör zu, die 33. muss gestoppt werden. Aber bringt Kult-Revolution nicht noch mehr Scheiße? Hey, er hat uns vorhin den Arsch gerettet. Und im Moment haben wir nur ihn. Ist er jetzt wieder hier hoch, oder was? Hey, hier. Ich glaube, ich weiß, wie ihr rauskommt. Ihr zweihalbster Abstand. Ja. Geht auf. Haltet euch an mich vorwärts. Auf geht's, ab geht's. Auf jeden Fall ist der Sturm vorbei. Damit kann man ja schon mal arbeiten. Da ist ein Helikopter. Und da ist die Action. Eine Spur von Bolt? Ja, dann knüpfen wir als erstes den Heli aus, oder was? Okay. Suche Gold. Na denn. Absäulen. Auf die Frage, was er von den neuen Gerichten halte, hatte ein Dubaier, dies zu sagen. Oh oh. Oh oh. Seht mal. Zeichen der Revolution. Ein Scheißdrück ist das. Dubai verrecht und alle Augen tröne ich noch mal drauf. Wen ist es die Krähenverhunger nicht? Na, mal hin. Irgendwas Interessantes hier? Nö. Entschuldigung, dass ich jetzt auf den Leichen hier rumgelaufen bin. Und ich glaube, das war nicht so cool. Ach du Kacke. Er trägt Armi-Sachen. Er ist von der 33. Ob das die CIA war? Unmöglich. Der Kerl ist schon zu lange tot. Oh mein Gott. Wer zum Teufel macht sowas? Darüber will ich jetzt lieber gar nicht nachdenken. Achtung. Soldaten. 12 Uhr. Sind wir entdeckt? Noch nicht. Was haben sie mit dir gemacht? Ist es so schlimm? Da haben wir ein paar Granätchen. Da haben wir ein paar Granätchen. Aua, aua, aua. Da oben. Okay. Okay, wir rücken mal ein bisschen vor. Aua. Das war für eine Stimme. Das rum noch mehr. Oh, hab das gesehen? Alter. Ja, durch den neuen PC läuft das alles natürlich auch ein bisschen besser. Ruckelfrei vor allem. Und man kann auch mal besser zielen. Ich meine, ich bin ja so jetzt schon nicht so der Pro. Aber was ein anderer PC alles ausmachen kann, ist schon ziemlich geil. Oh, 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 oh. Wir gehen mal lieber in Deckung. So. Haken mal ein bisschen hier aus. Okay. Oh, 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 oh. So, dann gehen wir mal hier ran. Und dann. Komm, ich hab dich doch gesehen. Oh, den haben wir auch schon in die Eier perforiert. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch ein bisschen Muni. Habt ihr gesehen? Oh. So. Oh, what the fuck? Wo kam das denn jetzt her? Alter, leck mich doch am Sack. So. Meine Freundin der Sonne. Oh mein Gott. Wer zum Teufel macht sowas? Darüber will ich jetzt lieber gar nicht nachdenken. Achtung, Soldaten. 12 Uhr. Sind wir entdeckt? Noch nicht. Was haben sie mit dir gemacht? Ist es so schlimm? Geht ihn. Vorsicht, Kontakt! Okay, greife Teele. Der ist hin! Scheiße! Feuer, eröffner! Komm, weg. Der ist weg. Lade noch, seid wachsam! Aufschalt! No, weg mit dem. Der ist auch weg. Und bleib liegen! Nein, dann los. Haut ihn weg. So, der muss weg. Der muss weg. Auf jeden Fall. Aber jetzt immer so viel Action, da rede ich immer kaum. Ist immer so eine Sache. So. Gibt ja mal schön Moni. Wo denn? Das sind unsere Leute. Da hängen noch ein paar ab. Ach ja, hier waren wir ja vorhin. Oh, Granade. Okay. Das ist Lugo. Oh. Entschuldigung. Oh Gott. Weg, 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 weg. Haben wir sehen. Feuer, konzentrieren! Ne, lad nach. Gibt dir Deckung. Feind ausgeschaltet! Wenn ja quatschen, mehr machen. Okay. Wir rücken noch ein Stückchen vor. Im Bus. Da hinten. Okay. Genau, weg mit dem Scheiß-MG hier. Oh. Genau, haut mal eine Blend-Granade da rein. Ja. Scheiße, Wache ist schon mal alle. Wir müssen in Richtung gehen. Komm ran hier. Boah, die Waffe ist ja richtig geil, wa? Okay. Okay. Wir rücken langsam vor. Wir werden uns jetzt mal von unserer Waffe hier trennen. Ich renne jetzt einfach nochmal zurück. Sollen die sich da alleine drum kümmern. Und sammeln jetzt die restliche UMP-Muni ein. Die hier bestimmt irgendwo lag. Hallo? Wollte ich mich verscheißern? Hier wo ist die ganze Muni hin? Alles weg. Na geil. Ne, hier sind wir los. Und dann hier. Und dann hier. Und dann hier. Und dann hier. Ja, ist natürlich cool, dass sie despawned ist. Auch die ganzen Gegner sind weg. Fink jetzt nicht so awesome. Hier liegen noch ein paar. Micro-MP wollen wir nicht. Und hier noch irgendwo Gegner? Bestimmt. Aber schießt gerade keiner. Hier ist noch einer. Okay. Ah, hier. Okay. Wir sind also jetzt im Bus. Kann er ja. Kann er. Ich glaube, das war ein Feind. Ah, hier sind unsere Homies. Homies. Kann ich hier nicht raus? Hallo? Lass mich doch mal hier raus. Jetzt. Hier ist er. Kann ich bloß rüber hopsen. Toll. Neh, mal wieder die Waffe. Schalldämpfer drauf. Munition auffüllen. Oh. Er kommt aus der Deckung. Oh. Ma. Hör zu meckern. Kann ja auch nichts dafür. Sie sind die Deckung. Bleibt unten und zieht genau. So, weg. 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 Wir schießen hier hin. Ist da noch einer oder was? So, der ist auch weg. Okay. Sieht gut aus. Keine Sorge. Die kommen wieder. Ey, Arschgesicht. Die 33. Soll sich zurückhalten. Das hilft doch niemandem. Sorry, aber ich gehorche einer höheren Macht als Ihnen, Captain Walker. Ah, jetzt erinnern Sie sich an mich. Allerdings, ja. Und ich bin nicht der Einige. Ja, es ist ein Glückwunsch. Okay. Ey, was ist hier für eine Scheiße passiert? Wirklich. Unglaublich. So. Oh Gott. Gut führte bewaffnete Plünderer gegen ausgebildete Soldaten. Er wusste nicht, dass das passiert. Vielleicht war es die Verluste wert. Boah, ich weiß nicht, wie sie fliegen. Der da lebt noch. Erlösen wir die mal. Wartet mal. Ich war es nicht. Machst du Witze? Wir stehen hier knietief in Leichen. Ja, komm. Nein. Lassen wir die mal. Er hat 100 Pro in einen fahren lassen. Boah, was geht denn hier? Ah, Rückblender. Keine Rückblender. Wo denn? Boah, was ist denn das? Alter, wie steht der? Was steht der auswählt? Feuer auf schweren Schuberbündeln. Jetzt passt mal gut auf. Oh, okay. Das war der Letzte. Was soll das? Die Leute waren besiegt. Der Kampf war vorbei. Er ist eine Botschaft an die Überlebenden. Legt euch nicht mit uns an. Was für Überlebende. Nehmen wir mal mit. Ein schönes MG ist natürlich immer eine feine Sache. So, dann gehen wir mal hier rein. Weg. Muss da durch. Oh. Zwischendurch sind doch noch kleine Ruckler drin. Sie sagen, Sie sprechen für diese Leute, Agent Goode. Verweisen Sie mir, dass es so ist. Nein, ich habe nichts getan. Okay. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich Sie für Narren halten oder Lebensmittel. Ich meine, wenn jemand das Gate frontal angreift. Ich glaube, Ihr kleiner Angriff war nur ein Ablenkungsmanöver. Um Ihrem Partner, Agent Ricks, zu helfen. Sagen Sie mir, wo er ist. Okay. Der Nächste. Langsam. Wir müssen was cleverer angehen. Okay. Goode ist da und ich habe freie Sicht. Wenn wir jetzt feuern, sterben diese Zivilisten. Bedeutet dir das nichts? Los. Nein, 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 nein. Scheiß drauf. Ich schalte ihn aus. Harte den Befehl ab. Das ist übel. Du, übernimmst den Rest. Ja, Sir. Immer nachschweigsam, Agent. Wenn Sie kapieren würden, was Sie diesen Menschen angetan haben. Bringt ihn her. Walker, hier drüben. Wir müssen die Zivilisten retten. Na ja, komm. Jetzt knüpfen wir hier alle aus. Das ist unsere Chance, Walker. Wir haben freie Bahn zu Gould. Was ist mit den Zivilisten? Wir müssen sie retten. Ich weiß, es ist zum Kotzen, aber Gould ist wichtig für unsere Mission. Die Zivilisten nicht. Unsere Mission heißt Menschen retten. So sieht's aus. Bitte, Captain. Wir brauchen Gould. Mann, schieß doch. Wir dürfen diese Menschen nicht sterben lassen, Walker. Du weißt, dass ich recht habe. Fangt an. Wir brauchen die Zivilisten. Wir brauchen die Zivilisten. Wir brauchen die Zivilisten. Vielen Dank.